Seit einigen Wochen quäle ich mich nun mit einer Diät. Es reicht, ich hab genug abgenommen. Lass uns Leckerlis kaufen gehen. Endlich sind wir wieder hier. Ich bin zurück. Wo seid ihr denn alle? Dann eben erst auf die Waage. Wenn ich unter 31 Kilo wiege, bekomme ich wieder Leckerlis. Juhu, ich hab's endlich geschafft. Cool, dann lass uns mal loslegen. Ich brauch auch noch neues Spielzeug für mich. Nur, was nehm ich denn? Hm, was passt denn gut zu mir? Ein faul Tier, das ist es. Komm mit, ich zeig dir die Fische. Das hier sind Scalaver oder auch Segelflosser genannt. Die kommen aus Südamerika und sehen richtig cool aus. Jetzt wird's aber Zeit für meine Leckerlis. Hm, es riecht gut hier. Ich nehm die Hasenohren mit Feld. Dann hab ich alles und wir können bezahlen. Schön vorsichtig mit meinen Sachen. Ich kontrollier das lieber ganz genau. Hey, gib mein Volltier her, das ist meins. Lass los. Ich hab dir doch gesagt, du hast keine Chance gegen mich. Du weichei, fahr mich jetzt nach Hause.